So Leute, wir sind wieder da. Ich und mein Ernstfreund. Ja, wir wollten uns heute sagen, warum die Ente untergehen wird und wer dafür verantwortlich ist. Okay, also, die Welt geht unter, weil ein bestimmter jemand das Zepter hat. Das Zepter der Zeit. Und wir müssen das Zepter finden und es auf den Eiffelturm stecken. Und dann ist alles gut. Ja. Okay, dann machen wir das mal. Jetzt in derselben Zeit ganz woanders. Das ist der jemand, der jetzt kommt, der die Welt beherrscht will. Okay. Hahaha. Niemals kann mich mit meiner Klonarmee besiegen. Äh, Klonarmee. Monsterarmee. Na ja, mein Drache. Ich baue mir einfach einen langen Hals. Okay, äh, oder erschaffe einen. Ich bin in Spanien, in Madrid, in Mallorca, auf einer Insel. Äh, nicht Madrid, Mallorca, ja. Äh, hier wird mich niemand finden. Und das Zepter ist da versteckt. Da werdet ihr es nie finden. Es gibt zwei Auserwählte. Die könnten es finden, aber das werde ich verhindern. Ich bin in der Zeit bei den anderen zwei. Okay. Wo wart ihr denn? Ja, egal. Äh, also. Ähm, wir müssen jetzt das Zepter finden. Ja klar, aber wo könnte das Zepter sein? Ich bin. Ähm, vielleicht, äh, in der, äh, Mickey Mouse Heft. Guck jetzt mal da oben. Neut, neut, neut. Nein. 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 Gucken wir. Nein. 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 Pfff, aaaaaaah. Was war das? Auf jeden Fall was Merkwürdiges. Das Zepter muss an einer ganz bestimmten Stelle versteckt sein. Vielleicht in den unterirdischen Höhlen von Mallorca. Aber wir sind doch in Madrid. Und doch so lange, bis wir da sind. Ähm, ja, noch Auto und Motorrad. Aber ja, stimmt. Okay. Okay. Äh. Okay, wo ist mein Motorrad? Ah, und wo ist dein Pfff. Du fliegt weiter mal von oben. Okay. Äh. Okay, komm. Wo sind die unterirdischen Höhlen? Ach ja, die wurden ja noch nie zuvor gefunden. Mist. Hm. Äh. 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 Okay, dann, äh, suchen wir einfach, ähm. Suchen die sie einfach. Zu, zu. Was ist das? Ich hab nix gehört. Okay. Zu, zu. Aaaaah. Was ist denn? Was ist denn? Aaaaah. Da ist noch irgendwas gegen Unternehmen. Können wir aber nicht. Und so vielleicht den Ausschaltknopf drücken. Ja, das ist es. Dann. Tsch. 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 Ziem, Zerstörungen. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Pfff. Tsch. 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 Tsch Wie wär's denn, wenn wir um Hilfe bitten? Okay. Wer da hinten? Helft ihr uns? Äh. Achso. Nö. Du? Nein, aber ich muss euch was sagen. Die Welt wird untergehen. Ach nee, das hab ich jetzt nicht gedacht. Äh, okay, dann egal. Ihr seid die zwei auserwählten. Ach, das ist... Ich kann man doch nicht aufmuntern, ey. Ah. Hm. Was war das? Egal. So ein gewisser dummen Schädelkalkwurst. Und... Dein Weiklick explodiert. Was? Ne, doch nicht. Ha. Okay, das war's für heute. Äh. Im nächsten Teil gibt's mehr Action. Und bis dann. Um, um... Um, 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 um...